Was wir euch hier zeigen, ist eine Dance-Stunde. Dance ist eine Choreografie-Stunde, sprich, es wird aufgebaut aus verschiedenen einzelnen Schritten, die letztendlich zu einer Choreografie zusammengeführt werden. Hier schulst du nicht nur deine Koordination, sondern auch dein Herz-Kreislauf-System. Es ist eine Stunde, die mit viel Spaß stattfindet, weil du tolle Musik nebenher hast. Wichtig ist, du siehst hier jetzt eine fortgeschrittenen Stunde. Dies ist zum Einstieg nicht unbedingt geeignet, aber hierfür gibt es Einsteiger-Workshops, es gibt Anfängerstunden, Mittelklasse-Stunden und wir würden uns freuen, wenn ihr hier einmal vorbeischaut und einfach Spaß am Tanzen habt und euch von der Musik mitreißen lasst.